Gemeinsam für unsere Demokratie, gemeinsam gegen Rechtsextremismus. Dafür standen am Sonntag, dem 28. Januar, über 400 Menschen auf dem Finsterwalder Marktplatz. Sie alle sind einer gemeinsamen Einladung der Evangelischen Kirche der Sängerstadtregion, der Finsterwalder Stadtverwaltung und von Parteien und Wählergruppen gefolgt. Gleich zu Beginn der angemeldeten Versammlung trat eine Gruppe von etwa 10 Personen mit einem Transparent der AfD auf. Du bist kein Demokrat. Du nicht, du nicht, du nicht. Ihr alle seid keine Demokraten. Ja klar. Überhaupt nicht. Demokratie heißt, die andere Meinung aufzutalentieren. Ja, bitteschön, dann macht's mal. Mach ich doch. Einen Scheiß macht ihr. Einen Scheiß macht ihr. Einen Scheiß macht ihr. Einen Scheiß macht ihr. Gar nichts macht ihr. Ihr seid keine Demokraten. Das beweist ihr jeden Tag. Einen Scheiß seid ihr. Wer sich so eifert, kann nicht im Recht sein. Oh, doch. Der Versammlungsleiter machte von seinem Recht Gebrauch und schloss diese Person aus der Versammlung aus. Was willst du denn? Alter, du hässlicher Vogel, Alter. Du bist so ein räudiger Hund, Alter. Ein Hund bist du. Man kann doch niemanden vorschlagen, das kann jeder seine Meinung sagen, aber man muss trotzdem dabei ruhig bleiben und doch die anderen anhören. Genau, genau, hast du recht. Gegen Hass. Und was nutzt das, wenn ich die anderen alle ausschreie? Das richtig. Damit hab ich nichts gewonnen. Aber wir gehen nicht um die Gelder rein. Aber du weißt doch ganz genau, was hier mit der AfD los ist. Warum? Guckst du dir die Berichte an? Nicht einer von denen da distanziert sich. Was war denn jetzt die Wesen neulich? Sag ich mal, klipp und klar, neulich für die Grünen. Es geht hier um Demokratie. Es geht hier um Demokratie und gegen Rechtsextremismus. Das, was die AfD hier abzieht, das hat nichts mit den Idealen zu tun, für die die Leute hier stehen. Eine Frage hätte ich noch gerne. Wo stehen wir denn? SPD? An die mit der Stelle? CDU? CDU? CSU? FDP durfte gar nicht in den Landtag rein. Das ist ein Aufruf von allen demokratischen Parteien. Ja? Gegen Rechtsextremismus. Und dafür stehen so viele Leute hier. Gott sei Dank. Alles geschönt. So, und dann kannst du jetzt rüber gehen, so wie die Ordner, das gesagt haben. Ach so, der Mann, der ist ein bisschen lauter geworden und despektierlich und deswegen musste er gehen, weil er sich leider nicht benehmen konnte. Die Versammlungsteilnehmer machten lautstark ihrem Unmut Luft und es kam zu einer Rangelei mit den AfD-Anhängern. Wir wollen den Verschützten. Dann seid Nazis, schubst sie mich nicht. Erst durch das Einschreiten der Polizei konnte die Kundgebung friedlich fortgesetzt werden. Ich finde es gut, Dominik Hacke, dass wir ganz bewusst auch auf ein überparteiliches Bündnis gesetzt haben. Warum? Weil es gibt Menschen in diesem Land, die gesagt haben, dass wenn sie an die Macht kommen, dann gibt es den Parteienstaat nicht mehr. Die Partei als solches ist nach Grundgesetz, Artikel 21, geschützt. Und wir wissen, dass wenn man gegen die Verfassung vorgeht, dann gibt es keine Parteien, gegen das Grundgesetz vorgeht, gibt es keine Parteien, sondern da haben alle Parteien zusammenzustehen. Denn sie ist Grundlage unseres Zusammenlebens, sie ist Grundlage unserer Freiheit und deshalb ist es gut, dass wir uns heute hier versammelt haben. Die evangelische Trinitatiskirche steht mitten in unserer Stadt, weil der christliche Glaube ein zentrales Verbindungsglied zwischen Menschen war und ist. Und ich sehe hier meine Glaubensgeschwister und Kolleginnen und Kollegen aus Massenbetten, Sonnewalde, die Regionen rundherum, Finsterwalde-Süd. Aus der gesamten Sängerstadtregion sind wir da und wir alle möchten mit euch heute laut sagen. Und ich denke, da darf ich auch für unsere katholischen Geschwister hier in der Stadt sprechen. Wir sind hier, weil wir friedlich, aber klar und laut deutlich an der Seite derer stehen, die für eine demokratisch-rechtsstaatliche Haltung einstehen. Demokratie ist, wenn gewählt wird, oder? Dann ist auch Nordkorea eine Demokratie. Ich habe es gegoogelt. Ja, auch dort finden Wahlen statt. Und Russland natürlich auch unter Iran. Na klar, wir wissen, Demokratie ist mehr, da gehört Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, Meinungsfreiheit dazu. Und es ist eigentlich schon klar, was gemeint ist. Aber wir müssen erkennen, dass viele Menschen in unserer Umgebung dem Begriff Demokratie wenig Sympathie entgegenbringen. Wenn ich Sie dann frage, wie Sie sich Ihren Staat denn so vorstellen, höre ich meistens, so jedenfalls nicht. Und dann wird alles aufgezählt, was einem nicht gefällt, vom Ukraine-Krieg bis zum Schulsystem. Das wäre erst einmal harmloses Geplauder, das bei einem Glas Bier ausklingen könnte. Aber die Harmlosigkeit hört dann auf, wenn Ideologen diese demokratiekritische und manchmal demokratiefeindliche Stimmung nutzen und sich da draufsetzen. Sie werden dann deutlich, Sie wollen jetzt endlich auch an der Macht teilhaben, weil Sie von so vielen gewählt werden. Das sei ja nur folgerichtig und demokratisch legitimiert, oder? Wir müssen auch die Themen, die die Menschen hier in der Region bewegen, aufnehmen, mitnehmen. Wir müssen daran arbeiten. Wir müssen die Bauern ernst nehmen. Wir müssen unser Krankenhaus gemeinsam erhalten. Das ist ein Thema, was wichtig ist. Und da dürfen wir keinen Spalt der Tür offen haben und müssen gemeinsam aufstehen. Wir müssen laut bleiben. Und wenn ich das Plakat hier vorne sehe, hat es keine Alternative. Genau das ist die Aussage, die wir heute hier brauchen, aber auch in der Zukunft. Und ich bin froh, dass so viele Menschen heute hier auf den Markt gekommen sind und gemeinsam ein Zeichen setzen. Gemeinsam gegen Recht, gemeinsam für Demokratie. Und das ist so etwas, wie wir vor 79 Jahren am gestrigen Tag erleben mussten, nie wieder passiert. Wer einmal in einem Konzentrationslager war und sich die Geschehnisse vor Ort angesehen hat, der wird mir zustimmen und wird genauso sagen, das darf es nie wieder geben. Wir alle hier, wir sind Demokraten und wir stehen für ein demokratisches und friedliches Miteinander. Vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Ich heiße Albertina Numa-Schattenew und ich bin aus Fünsterwalde und ich bin hier, um Alarm zu schlagen. Die jüngsten Enthüllungen vom Medienunternehmen Korrektiv haben von Mitte Januar, haben gezeigt, also über diesen Masterplan zur Remigration, haben gezeigt, wie krass Hass, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus absolut etabliert sind. Dass die AfD und ihre Anhänger sich überhaupt nicht fürchten, solche widerliche und verfassungswidrige Szenarien zu entwerfen. Dass Fremdfeindlichkeit und Rassismus zu einer legitimen Sache geworden sind, weil man wird doch ja wohl sagen, was man denkt, so nach diesem Motto. Und Politik und Gesellschaft rücken immer weiter nach rechts, Entschuldigung. In ganz Deutschland sind unzählige Menschen dem Aufruf zu Kundgebungen gefolgt, um ihren Standpunkt gegen Rechtsextremismus und für Demokratie klar auszudrücken.